Betriebliche Alterssorgung kann eine echte Chance sein, und zwar dann, wenn über die betriebliche Alterssorgung Liquidität generiert wird, welche dem Unternehmen zur Verfügung steht, zinsgünstig, langfristig, sicherheitenfrei zur Verfügung steht. Und vor allem, wenn durch die Effizienz kein Geld fließt an die Versicherung, kein Geld fließt in Staatsanleihen, das eigene Unternehmen, der Arbeitsplatz wird gesichert und gefördert, mit diesem Instrument auch Mitarbeiterbindung betrieben wird. Beides sehr interessantes Aspekte.